kann sein dass ein problem haben dass die mich jetzt nämlich von hier nerven wollen einmal neben mir stehen ja da sind sie alter als ob du okay der ist da und er kommt dann dritter damit haben wir nicht gerechnet ist es ist halt da kommt als ob also den weg halt wirklich ganz gerne nochmal erstmal weg haben hallo jetzt ob ich den auch nicht so trefft hätte das doch so frei gut klar nur nach kann natürlich sein dass sie gleich drauf gehen weil er sich zeigt wo war die panzerfaust da war die panzerfaust den haben wir einfach auf den dingen drauf ok damit habe ich jetzt nicht gerechnet dass ich da höhere muss einfach nur f kurz gedrückt halten einmal kurz drücken ich habe immer so immer noch im gefühl als ob ich da ok das war schon oder ok das war es wirklich als ob ich halt wirklich festhalten muss geht da noch zwei infanterie oder halt die ok alle zu mir ja oha das war knapp ähm das war mega knapp äh ja ist ok das heißt wir müssen jetzt nur noch die infanterie da oben rausnehmen würde ich jetzt sagen wo soll die sein infanterie gruppe da hinten war 91 infanterie division sogar weiblich irgendwie ähm ich komme doch von da oder nicht aber das sind halt die die uns doch nerven wahrscheinlich halt mit den mörsen glaubt nicht dass der panzer hier irgendwie großartig hinkommt naja gut probieren wir es einfach mal vielleicht packt das ja ich hoffe zumindest nicht dass ich da irgendwie das ist auf jeden fall schon mal richtig ist doch eine artillerie ja ist unter feuer habe ich hier großartig deckung ne hat doch den baum kann ich als deckung nutzen oh 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 sehr schön verteilen sie das schloss verteilen sie das schloss oh ich habe es geschafft mit rot holy ich habe wirklich dachte ich gehe drauf aber sowas hart von drauf bronzes da wieder werbo kunden allen und gar nicht allen und gar nicht okay sie haben ihre aufgabe erfüllt und verluste familien beeindruckender leistung der geschichte hier von schabuhr womit wir bei hügel 30 wären sergeant baker hat dort gute arbeit geleistet war bestimmt ein schweres gefecht aber was nicht wie bitte sag ich ich will nur sagen ständig höre ich dass es baker war der bei hügel 30 die zweite panzer division geholt hat so war es aber nicht wir brauchen dringend panzer schickt uns panzer legget war es es will nur niemand darüber sprechen warum sergeant holt mich ich er hat es geschafft das hauptquartier zu erreichen dann kam hilfe äußerst unwahrscheinlich private leggets funkgerät war defekt anscheinend hat das gerät noch gesendet und sergeant baker er war immer gerne mittendrin jedes mal wenn ich ihn traf hatte er gerade eine artilleriestellung ausgeschaltet oder einen mörser von den füßen geholt er hat sich seine streifen verdient aber das gilt für uns alle alle haben sie verdient wicke hat eine narbe haben sie ihre auch aus diesem gefecht hey was fällt ihr ein meine frauen zu fassen können wir bitte bei hügel 30 bleiben Kapitel abgeschlossen und hier ist erstmal wieder eine kurze pause wieder eine störung bis gleich warte gehts Kapitel abgeschlossen blutige schlucht sagen sie wie schwer waren die gefechte verdammt er bewegt sich nicht arzog es sind einfach zu viele wir müssen die auf der linken flanke vom nachschub abschneiden erledige das und kommt zurück wir halten das hier nicht ewig los ok ja das war das ende von ja das war ja eigentlich das ende vom anderen teil vom ersten teil und da setzen wir wieder an und das ist sehr interessant tatsächlich der ansatz hätte ich jetzt nicht so erwartet dass der das hat wirklich noch mal so angesetzt wird schnell los korrien darüber so zeigt keine schade kämpfe als ob ok gut das machen wir nochmal äh speilpunkt neuland ja das sehe ich nicht ein ok vorne oder was ja wir machen wir die halt einzeln wir müssen das halt so machen dann schicken wir unsere leute halt aber schon ein bisschen übertrieben es war schon gefühlt die leute in tod schicken ja da wenn wir ehrlich sind so die sollen mal das das dahin gleiten dann nehme ich die mit dann kann ich nämlich einmal nochmal wieder drum rum gehen dann passt das nicht mehr dann mache ich halt doch mehr alleine und die halt wieder weiter als deckung und zwar wir sind weiter zurückgelegen äh nicht sehr trotz gehen wir die mal nach vorne und die können was war das denn gerade für ein schuss alter ok damit habe ich jetzt 0 gerechnet hey was war das denn gerade war das ein sniper oder was ja ok das war dumm ey warum sterbe ich denn jetzt so ein dumm tot man holy ja gott auch was neues das war ja explizit dumm kämpfe ja da drüben in stellung ja so zack zack vorher wechsle ich einfach ja komm tötet mich ach man ich verstehe es nicht warum ist es denn jetzt so nicht wahr sein nicht wahr sein nein da drüben in stellung erledigt sie so dann machen wir es halt so dass sie hier außen rum gehen und wählen wir halt den sichereren Weg äh so so machen wir es so haben wir da wieder noch welche auch die tappen wir gleich weg hoffe ich zumindest äh alter ja gut sieben schuss sollten eigentlich für dich ausreichen hoffe ich zumindest ja es hat sogar eine ausgereicht davon ab ähm ganz okay eigentlich müsste ich auf die entfernung dieses karabine nutzen aber gut äh ja eigentlich sieht das gar nicht so schlecht aus schnell dass ich die hier entsetzt da habe ich einen stein äh feuer auf das mg korean greift das mg 42 an wir sitzen da wir sind in der klappe ja ja ähm ja gut ich versuche jetzt einmal wirklich nochmal links außen lang zu gehen in der hoffnung dass ich nicht nochmal von irgendeinem sniper oder sowas abgeschossen wird also ich habe wirklich keine ahnung von was ich gerade gewohnt schottet wurde ich hoffe auch dass da jetzt nicht auch noch irgendwo andere leute da kommen noch welche angelaufen kurz mal zurück zur zum karabiner das sind drei leute okay das kann ich so schon mal vergessen und nicht die umlaufen ja ich kann die umlaufen hier unten lang was ich die vielleicht jetzt von der linken seite also praktisch dass ich halt mega langen bogen drumrum mach meine anderen meine kollegen meine kameraden ähm sollen die ja so weit ach wartet mal ich werfe eine granate kommt doch schon hier nicht an werfe granate die kommt halt auch nicht an ach moin wartet ich werfe eine granate ich bin hier vorne das sind mehrere oh okay da habe ich mich jetzt aua bisschen baiten lassen als ob ja gut nicht sehr trotzdem habe zurück gedrängt dann habe ich hier vorne nochmal granate ich habe das überhaupt nicht verbringt okay das hat auf jeden fall es gebracht sehr schön nein man aber aber eigentlich ist das schwachsinn umso höher ich ziel ne werfen umso äh höheren bogen macht sie ja eigentlich aber das macht dann ja auch an sich keinen sinn ähm aus dem einfachen grund weil der bogen ja immer höher wird so nicht sehr trotz ich bin hinter dem ich gehe mal auf TAR so viel dazu so oh okay er hat nicht so viel abgezogen wie ich dachte das ist schon mal gut so dann können wir auf jeden fall erstmal sammeln also klar ich stelle mich teilweise echt doof an dann muss man sagen ist jetzt auch nicht so eine grandel übelste glanzleistung ähm nichtsdestotrotz spiel ultra geil mega laune coole ähm erzählweise fort gespeichert auch mega geil ähm feuer frei kempel weiter feuer aber der schwierigkeitsgrad auf normal weil man sich halt ähm wirklich eigentlich nichts wirklich leisten darf na super ist schon ist schon nicht schlecht muss man mal sagen schalte die artillerie aus hoffen dass die jetzt schaffen ich bin nämlich selber da erstmal ganz kurz hinter ro le 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 Vielen Dank.